Hey und willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online heute zusammen mit Maudado, Zombay und der Spalette! Bewette den Part und wie immer viel Spaß! Ja! Ich sitze gerade in so einem Auto von irgendeinem Spieler und plötzlich ist das Ding richtig beschleunigt. Ah, dann fang mal Palette hinterher, das nimm dir. Ah ja. Komm, schlagen wir ihn. Ey, was war das? Willst du den hauen? Okay, dann bin ich dabei. Wurde das getriggert? Ja, mach das kaputt. Das machst du gut, das machst du gut. Mit E oder mit links oder so. Oh. Ja. Aua. Oh, der hat ein Auto gespawnt. Hat der? Ja. Oh. Ja. Und der fliegt. Okay, das Auto ist genug kaputt von Spalette. Warum läuft's denn auch so? Schlag ihn weiter, schlag ihn weiter! Soll ich? Nicht aufhören. Das ist Lila-Mobil. Und der kann hier auch mit Haar so Fernlicht anmachen. Da! Sie kann man nicht runterkicken. Das ist ein Hacker. Ja. Ja. Was ist jetzt Hacker? Was ist jetzt? Voran, voran. Der darf nicht aufstehen. Ich klau sein Hacker. Oh oh. Oh sorry. Sorry. Schlag mit rein, bitte! Oh Gott, der will auf mich schießen. Er checkt nicht, wie das Spiel funktioniert. Er kann nur hacken. Hup mal, hat der geschrieben. Ja, das war ja das, wenn man hupt, dann verändert sich das Licht. Aua. Was war das denn für ein Zivilist? Der hat mich gerade komplett überfahren. Noch mal. Ja, ja gut. Unten halten, unten halten. Unten halten. Unten halten. Schnell die Konsole öffnen und alles explodieren lassen. Natürlich, ey. Der hat mein Fahrzeug kaputt gemacht. Ehrenlos. Der hat mich nur geschlagen. Ja. Eine Stunde. Aua. Ich höre mal noch eine Explosion. Oh, das hat Palette damit zu tun. Oh, das hat Geld von Paluten. Oh, heb auf. Der hat richtig viel Cache. Jetzt bin ich ganz weit weg. Nein. Nicht Palette. Nicht der. Er hat seinen Namen geändert. Oder ist es ein neuer? Nee, ist ein neuer. Guck mal, ich habe so eine Ultrarupe. Ich auch. Und jetzt? Was macht ihr jetzt? Lustige Sachen für dich. Ja. Macht doch mal etwas sehr lustiges. Hat das Spiel verlassen, ja. Das war lustig. Mega funny. Da. Warte, wie können sie jetzt töten? Die Hackerfrau. Da ist sie. Ja. Sie ist da nicht mehr besessen. Komm her. Ja. Wie schmeckt dir das? Hä? Jetzt kannst du nicht mehr hacken, ne? Die. Oh, sie ist weg. Wo in? Oh, da liegt Geld. Hackergeld, oder? Ist das Geld? Nee. Ein Fleck auf dem Boden. Wer hat Kopfgeld auf mich ausgesetzt? Wo ist die Leiche? Keine Ahnung. Wo ist die Leiche? Die ist weg. Alter. Macht der jetzt auch was? Oder ist der auch? Nee, der ist noch drin. Ist das überhaupt ein Naker? Nee. Ja, alles klar. Der John und Tim hat hinterher und ist dann gekickt. Alter, die ganze Hupen. Achtung, Granate. Viel Spaß damit. Oh, oh. Hä, wo ist sie denn? Ah. Ah. Mein persönliches Fahrzeug! Ey. Was da drin war? Oh. 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 Oh, nein. Raccoonat hat gewonnen. Ich bin mit drauf. Ja. Raccoonat. Ich bin beim... Hä? Du hast mich... Was ist denn los? Hä? Wie hab ich dich denn überhaupt getroffen? Ich hab gedacht... Okay. Ich verstehe das nicht. Meine Seele will dich wohl töten. Warum passieren immer so komische Dinge? Oh. Da ist er! Wuhu! Oh. Warte, ich komm. Okay. Mach nochmal. Hä? Warum kann ich dich da hinten schlagen? Warte mal. Warte mal ein bisschen, bis ich drauf bin. Nein, 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 nein. Geh drauf. Okay. Ich soll jetzt schlagen. Ich hab Angst. Okay. Ja. Okay. Das Spiel hat noch nicht verstanden, dass ich drauf war. Deswegen bestimmt. Ist das... Die Spalelle? Ja. Oh. Verfolgt die uns? Oh nein. Oh nein. Verfolgt sie. Der kriegt uns nie. Alter. Hä? Sind weg? Ja. Scheiße. Komm rein. Nein. Nein. Geh doch nicht in das Fahrzeug, was nicht über die Mauer kann. Was? Wir sind versteckt. Ja. Die sehen uns niemals. Die finden das auch nicht. Meine Granaten finden euch. Was für Granaten? Oh nein. Ich hör... Ich hör Minen. Ich geh weg. Tschüss. Warte, warte, warte. Ja dann steig auf, stell! Fahr weg! Oh nee. Oh, ich hab mich im Container verstecken sollen. Ja, das hab ich auch grad gesehen. Ich wusste nicht mal, wo ihr seid. Ich seid schon weggefahren, bevor ich euch gesehen hab. Sackgasse. Sackgasse. Nein, da ist er! Der Kranke! Er tritt! Er ist im Wasser. Er ist weg. Er hat zu verhauen. Ich bin zu meinem Volk. Warte, 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 warte. Fahr nochmal zurück. Die Meer-Möpsen. Die Meer-Möpsen. Würden sie mir mal ihre Meer-Möpse zeigen? Dauert ein bisschen. Hey, ihr habt das doch alles gezündet, bevor ihr losgegangen seid. Was anderes. Dafür hat er einfach nicht den Kopf. Oh, warte. Ich dreh den noch um. Oh, das... Ich se grad wen anders, der vielleicht hier reingucken kann, aber... Die... Wir sind ja getarnt, ne? Alter! Ich kann hier nicht wenden. Könnt ihr mich mal umdrehen? Mein Auto ist... Ja, warte. Achtung. Da, ich hab was zum Drehen. Ich will, bevor mein Auto kaputt geht. Nein, wir sind nicht. Okay. Warte, ich zeig dir, wie das geht. Zeig dir, wie sich das dreht. Ich bin jetzt roten. Als ob. Als ob, Maudardo! Ja, ich hab gesagt, du sollst nicht bei. Ja, wie schnell soll ich... Also, sorry. Zombie! Nein! Die Meermöpse haben gewonnen. Ich hab einen neuen Freund. Fahr! Fahr doch! Fahr doch! Nein! Gerade so! Es ist dran! Nee. Gerade so, dass es nicht dran war. So, Zombie sieht mich nicht. So, ich bin unsichtbar. Ich wurde noch nicht entdeckt Er sucht mich Er spürt meine Präsenz Aber er kann mich nicht lokalisieren Darf ich ihn den Kopf wegschießen? Ich bin ein Held Der modernen Zeit Der unsichtbare Manuel Komischerweise versammeln sich alle bei mir Er hat mich nur zufällig entdeckt Das ist eine Sprungschanze Ah, da seid ihr ja, bei einem nervigen Gebiet Ach, na toll, jetzt ist der Typ ins Wasser gefahren Hey, Brudy Oh, mein Wagen ist, oh Ist das zu den Meermöpsen? Ja, ich schwimme Das ist eine Rampe, wir brauchen ein Fahrzeug und dann springen wir Wow, wie cool, ey, hast du gerade dein Messer gezogen? Du hast auch eins in der Hand Nee, das würde ich nie machen Erstmal auf eine Schusswaffe wechseln Viel sicherer Du Meermöps, hä? Was ist denn los? Was ist denn los? Oh nein Ich will nicht ihn töten Nein! Oh Gott Oh oh Falle, falle Ja Nice, nice Bring ihn um Richtig so Nein Warum hauht der auf mich? Ich hätte ihn nicht treffen sollen Ja, richtig so Bring den Mops um Hä? Ich helfe dir Ich helfe dir Jetzt schlägt er mich Ich habe ihn Ja, wir haben ihn Wir haben ihn jetzt Oh, 200 Dollar Beendet Ich will nur ein Leben, hä? Ich auch Beendet Ja Ja Die Meermöpsen haben verloren Ist das schön Mal was erreicht zu haben im Leben Oh, das ist Mordado Lenn auf mir Ach, schade Einzige Enttäuschung War der schon Palette nicht gerade eben noch bei mir? Ne Fahrstätte, will mich umbauen Aber nicht mehr hinten drauf Ui, neuer Wagen Komm hier Neuer Wagen Neuer Wagen Dreck kaputt, mach Dreck kaputt, mach Oh Gott Wir schlagen doch nur seinen Wagen Verpisst euch, ihr Zecken Wir saugen den aus Ja, ja Ich saug Ich saug Fahr doch Oh, nein Du hast uns einfach reingelegt War der wirklich? Tja, Monster Stand abgeschlossen Was? Palette 1, Zecken 0 Mach den nochmal mit mir, bitte Mit ho Okay, komm her, meine kleine Zecke Monster Stand abgeschlossen Aber gib mir bitte nicht Was denn? Hier im Süden haben die irgendwelche ekelhaften Krankheiten Ja, ich hab alles Ja, bitte Alles gut Alles gut Halt dich fest Ja, was mit meinem Stunt? Ich will den Sam Stunt haben wie du Wie mein Idol Ne, gibt's nicht Oh Gott Lol Ich hab den anderen Wagen getroffen, als ob Oh Hä? Da vorne ist er Da vorne ist er Mann, ich will doch nur treffen Ich will genau treffen Hallo, Dreck Jetzt Ey, der will uns am Wagen Ne, ne Ich hab keine Jetzt wolltest du Aua Ein Schuss und ich bin tot Da will, guck ich gerade der Satz Jetzt hast du das Brot tot Aber auch deine 80 Bomben, die du da wirst Ja Ein Schuss Was ist der los? Ich bin weg Warum? Du stinkst nach Scheiße Ja, das stimmt Au Oh nein Nein, die wollen meinen Wagen Das ist mein Wagen jetzt Oh Ich hab die Fahrzeugpapiere vom Palette geerbt So ein Trottel Ich bin reich Ich bin reich So nett, Manu, also Clown Ja Wollte ich gerade sagen Ja Aua Das war ein bisschen schneller als ich dachte Hätte nicht mal 20 kmh aus Oh hey, Zombie Hallo Was soll das? Wir haben ja beide gestorben Okay Dann schaut in die Videobeschreibung Da sind alle verlinkt Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder Tschüss, bis dann